Hallihallo zu Tag 15, der 15. Impuls für mehr Erfolg in deinem Leben. Ja, ich bin ja so eine alte BWLerin, ne? Sage ich ja immer. Und genau danach richte ich auch meinen Erfolg aus. Erfolg misst sich nun mal in Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn ich auch sonst immer sage, richte dich nach deinem Gefühl aus, dann kannst du trotzdem deinen Erfolg messen an dem, was denn da am Monatsende reinkommt. Und genau darauf möchte ich heute den Fokus legen, dass du dir immer bewusst bist, immer, und zwar an jedem einzelnen Tag im Monat, was aktuell deine Zahlen sind. Weil dann kannst du entsprechend feinjustieren und hochgeben ins Universum, dass du doch noch ein paar Aufträge brauchst, um deine Zahlen zum Monatsende zu erreichen. Und ich empfehle dir, neben einem guten Steuerberater unbedingt eine Excel-Tabelle anzulegen. Excel-Tabelle ist am einfachsten, weil da musst du es nicht selbst ausrechnen. Und ich bin ja immer pragmatisch, muss schnell gehen. Und deshalb, nimm eine Excel-Tabelle, trag da immer deine laufenden Kosten ein. Es reicht ja schon, Einnahmen und Ausgaben, dass du da weißt, aktuell, wo du stehst. Denn dann weißt du auch, was am Monatsende auf dich zukommt. Zum Beispiel Mehrwertsteuer abführen und andere steuern, dass du entsprechend dir das zur Seite legen kannst, dass du nicht am Jahresende da stehst oder wenn die Steuererklärung kommt und dir die Haare vom Kopf fallen, was da wieder auf dich einbricht. Du bist dann immer vorbereitet und da gibt es keine üblen Überraschungen. Bis morgen! Tschüss!